So, Leute, Moin, Sie sind herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforst, klein... Der ist schon unten, der ist schon unten, diese beiden, beiden... Oh, Leute, der ist hier einfach mal umgefallen, ich hab dir nicht mal einen Schuss setzen können. Der Glitch, pass auf. Ich hab dir nicht mal einen Schuss setzen gerade, weil der schon umgefallen ist. Alter, ja, ich weiß, ich kam ja auch von oben, also... Der ist schon da. Hat der Premier League von... Puh, Junge. So, äh, wir heißen euch willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforst. Zu zweit, Gears 3 gegen Krieger 2 und X-Pro. Neeeein! X kein Prämie. Oder war Pro-Like auch dabei? Ja, X-Pro-Like war auch schon vorhin dabei. Äh, wir sollten mal aufhören, so untaktisch zu spielen. Egal, aber der andere hat noch voll, den hab ich vielleicht eins gesetzt. Nein, 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 dem hab ich ja schon was gezogen. Wo bist du? Ich bin bei deren Spawn. Dann komm ich da auch mal. Ich hör die... Der ist bei mir! Der ist bei mir! Sieben AP! Sieben AP! Ah! Hab ich ja wohl den Arsch gerettet, ne? Nix hast du. Den hab ich mir selbst gerettet. Boah, weißt du, ich denkst du, du bist so beim Spawn. Ja, alles klar, auf einmal kommt der so da rum. Alter, das war jetzt assig. Wieder Sieben AP! Boah, das war grad richtig assig von mir. Und von dir auch, einfach so im Zoom da gestanden. Ich glaub, der ist hier, der ist hier über uns und so. Hör, ne, ich hab wieder Sieben AP gehabt. Ich hatte jetzt dreimal Sieben AP. Bitte, hilf dir. Ey, der andere kommt von unten. Okay, ich bin tot. Er kommt von unten. Ja, ich doch auch gleich. Der hat nix mehr, ich glaub kein Prämie mehr. Nein, Kiga-2-Lagged! Alter, mein Nika-D und dein Nika-D gehen ja mal gerade irgendwie so was von nicht klar. Im Vergleich so. Ja, Kiga-2-Lagged. Der hat kein Prämie mehr. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie viel ich den gezogen hätte. Hätte der nicht diesen Überleck gehabt. Komm schon. Ich weiß, was du's willst. Okay. Oh mein Gott! Da kam, ähm, Dings noch. Aber Bro-Lagged hat kein Premium. Ja, Kiga-2 hat jetzt auch keins. Ne, der steht ganz kurz vor Premium. Hab ihn. Da hol ich mir noch grad einen anderen. Oh, shit, der kommt von hinten. Der kommt hier hoch. Der ist bei mir. Ja, ich hab ihn. Boah, ich guck, ich guck ja bei jedem Tut, bei jedem Kill, den ich mach auf die KD, damit ich sehen kann, ob ich mehr Score hab als du. Komm schon! Nein, der hat kein Premium und 1 AP. Ich komme. Nein! Oh, fuck! Der kann mal von hinten. Ich dachte, er geht nach oben. Weißt, wir rennen ja einzeln drauf und sind trotzdem besser. Oh, shit. Oh, shit! 17 AP zu Prämie. Habste beide. LOL! LOL, unsere Scores. Guckst du dir an? Der Buzzy Screen. Die kommen von, die kommen hier durch. Wird er noch gezogen. Oh, schon. Nein! LOL, wie der liegt. Der hat auf einmal keine AP. Egal, egal. Warte, warte, warte. Ja, der hat kein Premium. Der hat auf jeden Fall kein Premium. Okay, komm, du von der Feuerleiter. Die sind, glaube ich, beide bei mir. Ja, die sind beide bei dir. Krieger zu kommen runter. Ja, Krieger hab ich. Nein, von oben. Von oben ist noch einer. Der ist hier rechts drinnen. gewesen. Von hinten. Ich hab den grad echt nicht gefunden. Das tut mir leid. Einer links, einer rechts. Der andere kommt jetzt. Der ist bei mir. Hast du den? Ja. Boah, Alter, das war sauknapp. Ich hatte kein Premium-Ready gehabt. Ich hab 25 AP. Ich war irgendwie überrascht, dass der auf einmal vor mir stand. Weißt, ich hab den erst so total perplex so zwei Sekunden angeguckt, bevor ich das erste Mal... Hey, Leute, manchmal hat der Typ Premium. Leute, der kommt ja von hinten wieder. Ja, 19 AP habe ich noch. Lol, der hat keine Rüstung mehr. Ich hab ihn grad richtig krass gezogen, auf Entfernung. Gehen wir mal hier lang. Der rechnet bestimmt natürlich nicht. Der hat kein Premium mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, der hat mich abgefahren. Wo ist der? Der ist da. Der hat Viertel bis Hälfte. Hast du weg? Nein, hab ich ihn noch gezogen mit meinen letzten Schüssen. Ich glaub, der kommt von außen. Der ist über uns. Der ist hinter uns. Ich werde ihn nicht kriegen. Der hat... Hättest du ihn bekommen? Nee, eben nicht. Deswegen, du kommst so raus, dass ich jetzt das Gefühl, du lässt mich erst abbrechen und wenn er dann nix mehr... Nein, oh mein Gott. Von hinten. Boah, schon wieder von hinten, ey. Ich bin kotzt. Oh, 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 oh. Bei mir. Keine Chance. Hat er noch... Hat er noch viel? Aber irgendwie weißt du, wir rennen grad einfach nur noch so einzeln rein. Ja, weil das grad irgendwie... YOLO mehr ist, ne? Weil das grad von links. Der andere kommt von links. Der kommt da. Ein Schuss hab ich ihm gesetzt. Warte, 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 warte. Der kommt, glaub ich, von links, oder? Boah, hab ich nicht mit dem. Warte, 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 warte. Ich hätte noch alles mit Pistel gezogen. Der ist schon in den Wäsche kopf. Wieso? Weil der andere nachzieht. Warum soll ich die denn irgendwann mal ausziehen? Tja, ja, bin ich wohl negativ. Ich soll es nicht mehr muten, oder so. Nein! Nein, 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 das kann nicht sein. Okay. Aua, von wo hab ich den jetzt noch kastiert? What the fuck? Aua, von wo hab ich den jetzt noch kastiert, warte, 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 warte. Und hab's einfach beide weggefickt. Ja, weil, warte, einer als links, einer als rechts. Einer kommt wahrscheinlich wieder über den Sporn. Alter, ich, der ist einfach hin und her gelaufen. LOL, was war das Ding grad? Der kam da irgendwie runtergesprungen? Weiß, ja, du kannst das runter. Aber, aber ich, der macht meine Taktik. Ich sollte mal anfangen, da besser zu schießen, oder was? Da gibt's diese Taktik, wo du die, wo dich die Gegner im Prinzip quasi nicht treffen. Ich komm. Von hinten. Hinter dir. Weißt, du sagst hinter mir, in dem Moment werd ich abgeschossen. GG. Wollt. Wer kommt? Ich hör den wieder über mir. Einer geht wieder über die Feuerleiter und einer kommt zu dir. Ich komm hinter dem Typ her. Ich bin außerhalb jetzt gerade. Ja, einer ist bei der Feuerleiter, der Pro-like. Und der andere kommt dann wahrscheinlich über den Hauptwerk zu dir. Ja, der ist bei mir. Aber der hat, ich hatte kein Prämie. Scheiße. Wo ist der andere? Ich hatte ja gegeben, als ich gedacht hätte. Der ist links. Warte. Der war eben über die Feuerleiter gegangen. Jetzt. Also laut Radar ist der genau hier. Ja, okay, dann ist er wieder. Ja, der ist hinten ins Haus reingegangen. Hier ist keine Fenster mehr. Äh, keine Laser. Lol. Da kommt man dran rein. Hm. Ich glaub, die kommen jetzt hier von rechts unten. Egal, ich will jetzt nicht nur mal sterben. Das ist mein Hauptziel. Dann wär ich nämlich wieder negativ. Warte, ich bin positiv. Egal. Also Leute, ich verabschiede mich schon mal. Das war das jetzt Play. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.